Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch nochmal über das Thema Transkription sprechen. Ich möchte euch einige Plattformen zeigen, auf denen ihr Geld verdienen könnt, wenn ihr als Transcriptionist online arbeiten möchtet. Ich möchte euch ein neues Tool vorstellen, das eure Arbeit um einiges einfacher machen wird, mit dem ihr sehr, sehr schnell Transkripte erstellen könnt und vor allen Dingen, wo ihr nicht vorher die MP3s, die ihr bekommt, zu denen ihr ein Transkript erstellen soll, zuschneiden müsst und vieles, vieles mehr werde ich mit dir hier in diesem Video besprechen. Fangen wir mal zuallererst mit den Grundlagen an. Einige von euch hatten mir geschrieben und hatten gesagt, dass auf der Plattform GoTranscript keiner mehr angenommen wird, aber ich hatte gestern Abend die erste Nachricht mal wieder bekommen von einer Person, die angenommen wurde und über die Plattform Geld verdient hat. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob sich das Ganze wieder geöffnet hat, ob GoTranscript jetzt vielleicht sagt, okay, jetzt nehmen wir wieder welche, weil die Jobs sind derzeit relativ viele. Es gibt sehr, sehr viele Jobs im deutschsprachigen Bereich und ich weiß halt nicht, ob ihr vielleicht möglicherweise jetzt wieder in die Plattform reinkommt. Und deswegen probiert es auf jeden Fall mal. Ich habe jetzt auch einen schönen Affiliate-Link für GoTranscript. Deswegen würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr über den Affiliate-Link in der Videobeschreibung, wie gesagt, Teil dieser Plattform werden könntet. Aber genau, schaue ich das Ganze einfach mal an. Ich denke, wie gesagt, dass GoTranscript eine sehr einfache Einnahmequelle für viele von euch sein wird. Und vor allen Dingen ist es auch eine von diesen Einnahmequellen, nämlich Transkription an sich, wo du nicht nur dich auf eine Einnahmequellen beschränken musst. Nämlich, ich hatte ja schon mal einige Videos rund um Alternativen gemacht zu GoTranscript und ich bin jetzt Übergang zu dieser Plattform hier, nämlich Transcribe.me. Nämlich Transcribe.me ist eine Plattform, die sehr, sehr ähnlich ist zu GoTranscript. Du erhältst hier, wie bei GoTranscript, ungefähr 1 Dollar pro Minute, die du praktisch in ein Transkript umwandelst. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr. Und du kannst halt hier dir auch wieder Aufträge nehmen. Und einige von euch hat mich gefragt, welche Tools ich vorschlagen würde, um sehr, sehr schnell mit diesen Transkripten durch zu sein. Nämlich, 1 Dollar pro Minute ist jetzt nicht unbedingt besonders viel. Nämlich, nochmal, das würde ja praktisch bedeuten, dass du ungefähr pro Wort 1,5 Cent bekommst, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht jede Sekunde irgendwie 1 bis 2 Wörter gesagt werden. Vielleicht werden auch mehr Wörter pro Sekunde gesagt. Aber das sind dann halt vielleicht, ja, 1 Cent. Aber gehen wir mal von 100 Wörtern pro Minute aus, dann hast du halt hier, naja, Earnings von vielleicht irgendwie einem Cent oder sowas. Das heißt, jetzt nicht besonders viel pro Wort. Das heißt, ihr müsst A, sehr, sehr schnell arbeiten. Oder halt B, müsst sehr, sehr viele Aufträge annehmen, müsst sehr, sehr viel Zeit investieren. Und es gibt natürlich auch hier smartere Wege, an die ganze Sache ranzugehen. Und ich habe jetzt einen Konverter gefunden, den ich wirklich interessant finde. Und er ist sogar noch umsonst. Und ich bin jetzt nicht von dem hier gesponsert. Es ist eine Plattform, die um echt zu sein sehr, sehr unprofessionell aussieht, die aber ganz gut funktioniert. Nämlich Cloud Converter nennt sich dieses Tool. Also es ist auf 360converter.com. Und was ihr unten machen könnt, ist das Folgende. Nämlich, ihr könnt hier beispielsweise die Datei hochladen, die ihr in einen Transkript hoch, die ihr in einen Transkript umarbeiten soll. Zum Beispiel auf diesen Plattformen wie GoTranskript kriegt ihr praktisch eine MP3-Datei zugeschickt. Diese MP3-Datei sollt ihr in ein Transkript umwandeln. Und oft steht dann halt auch noch dabei, ihr sollt dieses Transkript umwandeln von Minute 5 zum Beispiel zu Minute 10 in ein Transkript. Das heißt, ihr habt nun diese MP3-Datei. Ihr sollt von Minute 5 bis 10 das Ganze machen. Und ihr fragt euch sicherlich, naja gut, wenn ich das jetzt von Minute 5 bis in Minute 10 machen soll, dann muss ich erst die Datei vielleicht ein bisschen zuschneiden oder möglicherweise muss ich dann immer darauf achten, dass auch wirklich die Audioaufnahme bei 5 Minuten startet und nicht irgendwie eine Minute vorher oder ein paar Sekunden vorher. Und das Ganze ist halt immer ein bisschen ungenau. Und dieses Tool hier erlaubt Folgendes. Nämlich, du kannst hier jederzeit auch einfach die Zeit festlegen. Das heißt, du kannst praktisch hier sagen, okay, ich möchte, dass nur ein Transkript erstellt wird von der 5. Minute bis zum Beispiel der 10. Minute. Das heißt, das kannst du hier eintragen. Und dann wird auch wirklich nur ein Transkript von der 5. Minute bis zur 10. Minute von der MP3-Datei erstellt, die du hochlädst. Das heißt, du lädst einfach hier deine MP3-Datei hoch und dann anschließend gibst du ein, okay, ich würde gerne ein Transkript haben von der 5. bis zur 10. Minute. Oft ist es ja auch gerade bei Plattformen wie GoTranscript so, dass es dann die 5. Minute und eine Sekunde ist bis zu 10 Minuten, 10 Minuten und, sagen wir mal, 3 Sekunden oder was auch immer. Und so kannst du halt das Ganze eintragen und wirst halt wirklich genau für diesen Zeitraum ein Transkript bekommen. Das heißt, das Einzige, was dann passiert, ist folgendes. Du lädst halt hier deine MP3-Datei hoch. Du gibst dann ein, sag ich jetzt mal, an welcher Sprache das Ganze sein soll. Das Problem bei diesem Converter ist bisher, dass es das nur in vier Sprachen gibt, nämlich Englisch, Chinesisch, Französisch und Hindi. Das heißt, ihr müsstet halt bei GoTranscript im englischsprachigen Bereich tätig sein. Wenn, zum Beispiel, wenn ihr gut genug Englisch sprecht und ihr werdet im deutschsprachigen Bereich nicht reingelassen, dann versucht doch einfach mal, das Ganze im englischsprachigen Bereich zu machen. Weil ich glaube, dass die meisten von euch zumindest annähernd gut Englisch sprechen und auch wenn ihr es nicht könnt, jetzt absolut gar kein Problem. Ihr werdet ja, wenn ihr diese MP3-Datei hier hochladet, schon mal ein Transkript bekommen, was ganz in Ordnung ist. Und ihr müsst dann halt gucken, dass ihr dieses Transkript nochmal so überarbeitet, dass es auch wirklich Sinn macht. Aber genau, ihr ladet einfach hier die Datei hoch. Ihr könnt auch hier das jederzeit von einer URL hochladen, obwohl ich glaube, das macht jetzt nicht unbedingt besonders viel Sinn. Und dann, genau, gibst du halt hier die Sprache ein, zum Beispiel Englisch. Und dann gibst du einen von der 5 Minuten bis zum Beispiel, oder 5 Minuten 1 Sekunde, bis zur 10. Minute 3 Sekunden. Und anschließend dann klickst du hier auf diesen Button und dann klickst du auf Start Conversion. Eine Sache, die ich natürlich immer ein bisschen unschön finde, und das ist bei sehr, sehr vielen Online-Convertern so, ist, dass sie nicht unbedingt aus Deutschland kommen oder aus der Europäischen Union und wir nicht wissen, was sie mit unseren Daten machen. Nämlich, wenn ihr beispielsweise nun Daten nehmt von solchen Plattformen, wie zum Beispiel Transcribe.me oder GoTranscript, dann habt ihr natürlich folgendes Problem, nämlich eigentlich müsstet ihr diese Daten sicher handhaben. Und ich weiß halt nicht, ob solche Tools, wie zum Beispiel Cloud Converter, das alles hier auch wirklich sicher macht. Dass ihr so keine weitere Person Zugriffe auf die Daten habt, dass die nicht gespeichert werden und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal die Plattform anschreiben, ob die das so machen, wie ihr es euch das vorstellt. Da kann ich euch leider keine weiteren Informationen zu geben. Ich weiß natürlich auch, dass die meisten Leute jetzt von solchen Plattformen, wie GoTranscript oder zum Beispiel Transcribe.me, jetzt nicht unbedingt sich darum Gedanken machen, ob denn nun die Daten vom Kunden tatsächlich geschützt sind oder nicht. Aber wenn man es halt richtig machen möchte, dann sollte man, wie gesagt, an genau solche Dinge denken. Sonst natürlich noch eine weitere Plattform, die ich euch grundsätzlich immer empfehlen kann, um Transcriptions anzubieten, ist diese Plattform hier. Ich meine, jeder von euch kennt, glaube ich, Fiverr. Ich glaube, Fiverr muss sich kaum vorstellen. Nämlich die Einnahmen, die ihr hier für Transcriptions bekommt, sind eigentlich vollkommen in Ordnung und ihr kriegt halt ziemlich genauso viel wie aus solchen Plattformen, wie Fiverr oder zum Beispiel GoTranscript und ihr könnt halt hier nochmal euch nochmal ein kleines weiteres Standbein aufbauen. Wir können ja mal zum Beispiel auf diese Person hier drauf gehen. Ich glaube, die hat am meisten Bewertung in diesem Bereich. Und wir sehen hier, wie viel Geld nimmt diese Person. Zum Beispiel diese Person hier nimmt für 10 Minuten gerade mal 5 Dollar, was natürlich sehr, 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 sehr günstig ist. Und wird dann natürlich noch günstiger, je mehr Minuten hier sie macht. Aber bei den anderen ist es zum Beispiel ja so gewesen, wie zum Beispiel bei dieser Person hier. Für 5 Dollar I will transcribe 5 Minutes Video oder Audio. Und mal sehen, hier hatten wir auch irgendwo den hier Fiverr's Choice. Können wir mal schauen, wie schnell und was die genau machen. Nämlich hier für 10 Dollar nehmen sie Just Type in the Number of Minutes. Aha, für 10 Dollar machen sie zum Beispiel 5 Minuten. Das heißt, pro Minute halt 2 Dollar. Und da würdet ihr halt noch mal ein bisschen höhere Einnahmen haben, sag ich jetzt mal, als genau auf so einer Plattform wie zum Beispiel Go Transcript oder Transcribe Me. Würde ich euch das Ganze überhaupt als Business-Modell vorschlagen im Long-Term? Jein. Also ich meine, ihr könnt sicherlich über solche Plattformen wie Transcribe Me oder zum Beispiel Go Transcript schon einiges an Geld verdienen. Nämlich die, ich glaube, die Top-Earners auf Go Transcript verdienen sowas wie 2.200 Dollar im Monat. Ich glaube, es gibt auch, ich glaube, es haben sie wieder geupdated. Ich glaube, derzeit sind es gerade mal 1.500 Dollar oder sowas pro Monat. Und auf solchen Plattformen wie Transcribe Me werden wahrscheinlich die meisten Leute auch jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel mehr verdienen. Ich denke mal, wenn ihr halt da wirklich den ganzen Tag arbeitet und sehr, sehr fix seid, dann schafft ihr sicherlich auch, solche Summen zu verdienen. Es ist natürlich jetzt aber kein wirklich smartes Business-Modell. Das sind eher so Einkommensströme, wo ich sage, gut, die gibt es, damit kann man Geld verdienen, aber das sind jetzt keine Einkommensströme, mit denen du super, super reich wirst oder so. Also, aber wenn ihr beispielsweise sagt, gut, ich möchte halt einfach nur 500 Euro im Monat hinzuverdienen, dann sind solche Plattformen hier für euch, denke ich mal, wirklich, wirklich sinnvoll, weil nochmal, ihr braucht eigentlich relativ wenige Qualifikationen. Ihr müsst euch einfach nur auf diesen Plattformen anmelden und könnt dann natürlich über diese Plattformen hier Geld verdienen. Eine Frage, die ich auch mal wieder bekomme, ist, brauche ich dafür ein Gewerbe? Und die Antwort ist ja und nein. Also, natürlich handelt es sich dabei um eine Tätigkeit, für die man, klar, eine Steuererklärung abgeben sollte. Wenn du jetzt ganz, ganz wenig verdienst und unter dieser Grenze, sage ich jetzt mal, bleibst, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viel es ist, einfach mal das Finanzamt anrufen oder halt die IHK, dann solltest du keine Steuererklärung unbedingt dafür machen müssen, aber ich würde eigentlich dir schon so oder so sagen, wenn du schon bei ein paar tausend Euro bist, dann, denke ich mal, wirst du auch relativ bald schon verpflichtet sein, eine Steuererklärung abzugeben. Und genau, ich denke, du solltest dir keine Sorgen machen, wenn du jetzt irgendwie 50 Euro hier mal mitverdient hast. Ich glaube nicht, dass dann gleich das Finanzamt an der Tür klopft, aber wenn du das wirklich gewerblich machen möchtest und du wirklich ein Gewerbe daraus machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, natürlich einfach mal sich beim Finanzamt anzumelden oder zumindest erst mal anzufragen und zu sagen, okay, ich mache das und das und das und das. Das ist vielleicht auch eher sinnvoll, bei der IHK mal nachzufragen und ob man überhaupt dann dafür ein Gewerbe braucht, ob der Freiberuflerstatus reicht. Ich glaube, bei solchen Dingen wie zum Beispiel GoTranscript oder TranscribeMe, da sollte auf jeden Fall ein Freiberuflerstatus reichen. Aber genau, vielleicht sagen die ja auch euch, da sollten sie vielleicht nicht möglicherweise sich nur als Freiberufler anmelden, da wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn sie dann auch, was weiß ich, ein Einzelunternehmen anmelden oder was auch immer. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentarsektion von diesem Video. Ich würde euch, wie gesagt, vorschlagen, auf diesen drei Plattformen hier vor allen Dingen zu arbeiten, nämlich GoTranscript, TranscribeMe und Fiverr. Ich denke, das sind drei wirklich gute Einnahmequellen, um halt einfach nochmal ein bisschen extra Geld hinzu zu verdienen. Wenn du mehr wissen möchtest über das Thema Online-Geld verdienen und du möchtest ein eigenes Gewerbe online starten, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Und natürlich, bevor ich es auch nochmal vergesse, schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu unserer Facebook-Community. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, euch dabei zu haben. Wir schreiben dort über alle möglichen Dinge, sei es nun zum Beispiel solche Dinge wie Einkommensbeweise. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie man bestimmte Einkommensströme aufbaut und so weiter und so fort. Und wir können einfach miteinander chatten. Deswegen schaut, wie gesagt, mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meiner Facebook-Gruppe.